Die kosmische Schule ist eröffnet. Sieben kosmische Schwestern teilen uns ihr Wissen mit. Es gibt sieben Schulungen. Die erste Schulung war die Pleiadenschule und ich möchte euch berichten, was die Menschen, die Teilnehmer bei uns auf der Webseite für Bewertungen geschrieben haben. Christine schrieb, ein großes Dankeschön für dieses Webinar. Es bereichert mich sehr und bestätigt, was ich schon in Ansätzen gefühlt habe. Meine Gaben zu erweitern und neu zu leben. Und auch danke für dieses großartige Geschenk des Heilwassers. Ich bekomme jetzt schon eine Gänsehaut, wenn ich an den zweiten Teil der Schulung denke. Liebe und Licht für alle. Liebe Christine, ich danke dir für diese Bewertung, denn sie beschreibt so ungefähr alles, was auf diesem Webinar passiert ist, was man da lernen kann. Und nach dem Webinar hat mich eine Frau angerufen, die dabei war und hat gesagt, das ist das erste Mal, dass sie ihre Beziehung zu den Plejaden ganz tief gefühlt hat. Sie hat gefühlt, dass sie eine Plejaden geborene ist und seitdem steht sie in Kontakt mit ihnen. Und das ist so bereichernd für ihr Leben und sie ist so dankbar dafür. Zum Beispiel Sebastian. Sebastian hat auch etwas Wundervolles über dieses Webinar geschrieben auf unserer Webseite. Ihr könnt es dort nachlesen sogar. Er schreibt, ich bin von Monikas Webinaren und Ausbildungen einfach immer sehr angetan. Sie channelt Wissen, was man so in anderen Ausbildungen nicht bekommt. Und jede Ausbildung bei Monika ist einzigartig, jedes Mal hochenergetisch und von tiefem Wissen des Kosmos durchdrungen. Ich empfehle dieses Webinar sehr, sagt er. Und dann kommt noch was. Er sagt, der Ausgleich für dieses Webinar ist mehr als angemessen und im Verhältnis zum im Webinar vermittelten Wissen und den vielen Einweihungen und den vielen Übungen ein Geschenk. Lieber Sebastian, ich danke dir für deine Bewertung und ich freue mich, dass euch die Botschaften, die Übungen und alles so gut erreicht. Es ist wirklich ein Geschenk, jetzt die Schulungen der sieben kosmischen Schwestern zu erhalten. Und wenn du in dir fühlst, dass dich das anspricht, dass deine Seele dir Impulse sendet und du gerne auch ein Teil von dieser Gemeinschaft sein möchtest, dann melde dich jetzt an, schau unter dem Video, hier steht ein Link, dort kannst du nachlesen, was alles angeboten wird und wie du dein Wissen vergrößern kannst. Ich freue mich schon auf dich.